Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Salva und ich sind heute in Rheinland-Pfalz wieder unterwegs und zwar auf einem Premium-Wanderweg. Dieser nennt sich Lehmberger Vösertour. Die Wanderung hat etwa 14 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Ich bin heute in Rheinland-Pfalz. Werfen Sie die Rheinland-Pfalz mit dem Rheinland-Pfalz. Werfen Sie die Rheinland-Pfalz. Untertitelung. BR 2018 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 Die erste Hälfte hat uns richtig gut gefallen. Vor allem wegen den imposanten Felsformationen. Das war richtig cool. Daumen hoch dafür. Die zweite Hälfte hat uns nicht so gut gefallen. Da ging es eher darum anscheinend, wie komme ich wieder zurück an den Start. Naja, was soll's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, werden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare natürlich sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Untertitelung. BR 2018 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 Hallo, liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir wieder auf einem Premium Wanderweg unterwegs. Und zwar die Lehmberger Flößentour. Ich warte jetzt, bis die vorbei sind. Flößener Tour. Flößener. Flößer. Nur Flößer. Jetzt macht bloß an. Hallo, liebe Wanderfreunde. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute unterwegs auf einem Premium Wanderweg. Und zwar die Flöße. Untertitelung. BR 2018 Ich warte jetzt. Mach aus.